Hallo! Ja, ich drehe heute leider nochmal mit der anderen Kamera, weil ich jetzt gerade Zeit hatte und dann natürlich der Akku leer sein musste von der anderen und ich jetzt keine Zeit habe, den aufzuladen. Weil sonst ist das Licht schon wieder weg und schlecht. Das ist gerade auch so ein Problem. Das kennt natürlich jeder, der irgendwas mit Fotos oder Videos zu tun hat. Jetzt, wenn es kälter wird, ist leider auch alles schon früher dunkel. Ja, und dann hat man irgendwie nicht so viel Zeit, diese ganzen Sachen zu erledigen. Ja, um was es heute gehen soll, ist eine kleine Review zu diesem Produkt hier von P2. Und zwar ist es aus dieser Ready-to-Wear Limited Edition der Gel Eyeliner. Also er geht ein bisschen schwer auf, weil das Problem habe ich jetzt gerade. Ich möchte ihn euch zeigen, aber ja. Yeah. Also ich muss echt sagen, das ging gerade nicht einfach. Und ich glaube, der Nagellack ist jetzt auch hinüber. Und wenn ihr irgendwie brüchige Fingernägel habt, dann ist das auch nicht so cool. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, diese Dinger trocknen auch verdammt schnell ein. Also wenn die Verpackungen schlecht sind und die Teile nicht richtig zu sind, ja, dann trocknet das Ding sofort aus. Wie es mir zum Beispiel hier mit diesem da ging. Und dann hat das alles keinen Sinn. Also so sieht das aus. Da ist relativ viel Produkt drin, würde ich sagen. Ich sehe jetzt gerade keine Gramm-Angabe. Der ist sechs Monate haltbar. Und es ist in schwarz. Die Farbe heißt einfach Organza Black. Und der wird hier als Creme Eyeliner angepriesen. Dabei ist hier auch noch so ein Pinselchen. Das ist da so festgeklebt worden in der Verpackung. Kleber mache ich mal ab. Ich habe das Pinselchen noch nicht benutzt. Weil ich einfach jetzt nicht so den Bedarf an so einem Pinselchen habe. Außerdem ist es mir ein bisschen zu unpraktisch, weil der vielleicht sehr kurz ist. Aber er fühlt sich gar nicht so schlecht an. Also diese Haare fühlen sich ganz okay an. Er ist ja ziemlich präzise, glaube ich. Und wir können das ja mal ausprobieren. Also, ja. Das ist schon... Ich glaube, man kann vor allem unterwegs notfalls schon mit diesem Teil arbeiten. Ich habe jetzt heute... Also ich habe den Eyeliner heute auch benutzt. Und da habe ich hier von Alverde diesen Pinsel genommen. Ansonsten nimmt man einfach so ein. Das ist jetzt ein bisschen schön, aber ja, sowas halt. Also ich habe den Eyeliner heute Morgen drauf gemacht. Und von der Haltbarkeit würde ich sagen, ist er auf jeden Fall gut. Ihr kennt das sicherlich, wenn euch so irgendetwas hier so, ja, so weiße Stellen wieder rauskommen und es fleckig wird. Und ja, dass die Linie einfach nicht mehr so ganz durchgängig ist. Das habe ich jetzt bei dem bisher gar nicht. Er riecht eigentlich nach gar nichts. Sehr neutral. Es riecht nicht sonderlich parfümiert. Dann habe ich oft das Problem, dass wenn ich mit Eyeliner arbeite, vor allem mit Flüssig-Eyeliner, dass das bei mir anfängt zu jucken. Ich weiß nicht, ob das schon so eine Art mini-allergische Reaktion ist, aber ich habe zum Beispiel hier noch diesen Essence Black Mania Eyeliner. Und den kann ich eigentlich gar nicht mehr tragen. Den sollte ich vielleicht einfach mal wegschmeißen. Ich denke nicht, dass es am Produkt liegt, aber wenn ich den so ganz nah am Wimpernkranz auftrage, dann fängt das bei mir einfach an zu jucken und dann muss ich anfangen, dabei zu gehen. Und das ist auch nicht gut. Im Vergleich vielleicht noch zu diesem Gel-Eyeliner aus der Denim Wanted Limited Edition. Den fanden die alle ganz toll. Ich nicht, weil ich weiß nicht, die Konsistenz mit der konnte ich so gar nichts anfangen. Also das war für meinen Geschmack einfach viel zu fest. Und irgendwie, also ich... Und ich sehe gerade, der ist eigentlich auch schon wieder komplett eingetrocknet. Also den kann ich auch wegschmeißen. Ich weiß nicht, ob jetzt mein Container hier eine Montagsproduktion war, aber eigentlich sieht es recht fest zu aus. Also es sieht eigentlich gut aus und ich möchte jetzt hier nicht Essence ankreiden oder ähnliches, weil ich glaube, das liegt an irgendwas, weiß ich nicht. Naja, ich fand die Konsistenz aber auch nicht so gut von Anfang an nicht. Es war mir ein bisschen zu fest. Ich mochte das lieber ein bisschen flüssiger oder ein bisschen cremiger. Nicht ganz so blockmäßig und jetzt ist er halt total eingetrocknet. Und deswegen, ja, der hier ist vergleichbar mit dem Smoky Eyes Set von Essence, mit dem ich sehr zufrieden war. Also das war so mein Lieblings-Eyeliner aus dem Drogerie-Bereich. Den habe ich aber irgendwie verloren. Und jetzt habe ich halt gerade den und das hier ist ziemlich genau so oder funktioniert ziemlich genau so wie das, also wie dieser kleine Teil aus dem Set, weil da ist auch noch ein Lidschatten dabei. Preis war, glaube ich, knapp unter 3 Euro, also da ist man auch noch ganz gut dabei. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Man kann es auch ziemlich gut als Base verwenden, also als schwarze Base. Das können wir ja mal machen. Also ihr nehmt einfach... Da kann man auch, glaube ich, ganz gut den Pinsel verwenden, weil man mit dem ja auch großflächiger auftragen kann. Was auch gut ist, diese Fläche, die trägt sich trotzdem nicht so ab, also man stößt so mit dem Pinsel rein, aber man macht kein Loch rein. Das ist irgendwie doch fest. Also seht ihr das? Da ist eigentlich jetzt nicht wirklich groß was weg. Aber wenn ich das jetzt hier auftrage, seht ihr, dass ja doch schon genug Produkt abgegangen ist. So, dann sieht das so aus, wenn ihr das so als Base verwenden wollen würdet. Darüber kann man so Sachen machen, wie zum Beispiel irgendwelche Pigmente. Ich habe jetzt hier von Very M so ein Dazzle Dust. Und das nimmt man dann mit irgendeinem anderen Pinsel auf und tupft das da drüber. Und das hält dann besser und die Farbe ist auch gleich viel cooler. Also als schwarze Base ist es extrem, extrem, extrem gut geeignet. Ich mache euch das nochmal so daneben. Also das sind jetzt die beiden, einmal als schwarze Base und einmal wie sowas dann ohne Base aussieht. Also ihr seht, mit Base ist das gar kein Vergleich. Ja, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ich würde es auf jeden Fall als Kaufempfehlung aussprechen. Wenn ihr noch die Chance habt, eins von diesen Teilen zu bekommen, dann macht das. Sprich, ihr müsst in ein DM oder ähnliches, wo es eben diese Teile gibt. Und euch das mal holen. Ansonsten kann ich zu der Ready-to-wear Limited Edition sagen, dass ich erst dachte, ich muss das alles kaufen. Und beim ersten Schwung nur das hier mitgenommen habe. Ich habe mir jetzt nachträglich nochmal das Rouge gekauft. Und noch einen Lidschatten, so ein Set. Aber ich werde die Sachen wahrscheinlich verschenken. Ich habe die jetzt nur so mitgenommen. Ja, gut. Dann war es das erste Mal. Ich werde mir meine Kamera aufgeladen, das wahrscheinlich noch ein Video machen. Und ich kann euch dafür schon mal einen Teaser geben, weil einige haben über Twitter ja mitbekommen, was ich so gestern getrieben habe. Und da habe ich mir dieses Set gekauft. Und das ist extrem toll. Und das werde ich euch dann da ein bisschen genauer vorstellen. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 szüney Untertitelung des ZDF, 2020